Hey Leute, ich bin Schweter, der Sebastian. Also, ich hab gelesen, dass ihr mir keine Kommentare geschrieben habt. Ich wollte nur mal wissen, ja, was ist da los? Ich dachte, ihr wolltet mir ein paar Kommentare schicken und sowas. Ihr wolltet mir doch helfen, also warum kommt nichts? Naja, damit ihr euch mal ein bisschen totlacht, werde ich jetzt mal ein bisschen Comedy und sowas reinbringen. Das wird so gut, wie es geht. Versuchen wir euch zum Lachen zu bringen und so. Alter, werde ich ja mal jetzt ein scheiß paar Geräusche machen und ich hoffe, ihr lacht recht damit tot. Also, viel Spaß bei den Gerüchen. Naja, das war's jetzt mal. Mehr hab ich noch mit drauf. Bis nächstes Mal am Tisch, euch vielleicht nicht verwischt, vielleicht checkt ihr die, vielleicht noch nicht. Mal sehen. Ihr könnt alles versuchen, was ihr wollt, nur schreibt mir bitte in zwei Kommentare, die ich brauch. Bitte. Naja, bye. Ciao, bis zum nächsten Mal.